Heute geht es um den nächsten Comic Drop und zwar nämlich von Star Wars als NFT auf Vivi. Außerdem gehen wir natürlich zum Anfang von 2023 hier auf den Omikus ein und schauen uns mal genau an, wo das Ganze gerade momentan steht und wo es noch hingehen könnte. Und wir schauen uns auf jeden Fall hier noch einen sehr wichtigen Tipp an für das Mergen von Accounts. Ja und als allererstes wünsche ich euch natürlich da draußen ein gesundes und frohes neues Jahr. Es ist tatsächlich jetzt schon einige Tage her, wo das ganze neue Jahr begonnen hat. Es gab aber schlichtweg einfach keine News, weswegen ich auch kein Video gemacht habe. Das wird sich jetzt aber natürlich mit den nächsten Wochen und Tagen ändern, denn wir werden wieder Drop Ankündigungen bekommen, wir werden wieder News bekommen und dementsprechend werde ich dich natürlich da draußen auf dem Laufenden halten. Ich wünsche dir auf jeden Fall für dieses Jahr wirklich das Beste und ich würde sagen, wir starten aber auch an dieser Stelle jetzt wirklich rein mit dem ganzen Video. Um ganz kurz auf etwas einzugehen und zwar nämlich auf den nächsten Stream. Und zwar werde ich nämlich am Freitag um 20 Uhr deutscher Zeit mit dem guten Viviversum streamen und dort werden wir unsere Vorstellungen von 2023 mit dir teilen beziehungsweise halt einfach quatschen, Fragen beantworten, diskutieren und so weiter und so fort. Wenn du das noch nicht kennst, komm auf jeden Fall sehr gerne vorbei und lass uns auf jeden Fall einen schönen Abend machen. Jetzt würde ich aber sagen, wirklich rein mit dem richtigen News. Und zwar geht es nämlich um das nächste Comic, was droppen wird und zwar nämlich von Princes und zwar nämlich von Star Wars wird hier nämlich das nächste beziehungsweise auch das erste Kollektor wird tatsächlich 2023 droppen und zwar nämlich Princes Leia Hashtag One. Das ganze Comic ist natürlich an dieser Stelle hier keine First Appearance mit dem Charakter Princes Leia, da das erste Comic, was hier erschienen ist, tatsächlich auch mit dem Charakter enthalten ist. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall auch keine First Appearance mit dabei, nur um das ganz kurz am Anfang klarzustellen. Der Job selbst wird am Freitag, dem 6. Januar um 17 Uhr deutscher Zeit wie immer stattfinden und ja, das sind auf jeden Fall einmal die Kaffee, die wir sehen werden. Für mich persönlich ist es jetzt kein Job, den ich wirklich mitnehmen werde. Ich werde mit dem Secondary Market einige holen, aber das sind auf jeden Fall die Daten, die wir bis jetzt haben. Ich gehe davon aus, dass wir hier auch 10.000 Editions haben werden, also wie immer. Schauen wir uns aber nochmal Daten von GoCollect an und ja, die sind auch nicht gerade vielversprechend für das ganze Comic, weswegen ich meine Entscheidung hier auch so getroffen habe, denn eine 9.6 wurde gerade einmal für 50 Dollar verkauft. Ja, das ist einfach nicht gerade viel. Natürlich muss man hier auch beachten, das ganze Comic ist aus dem Jahr 2015 und dementsprechend tatsächlich noch ziemlich jung und hat hier einfach noch nicht so eine hohe Relevanz. Zum Start von 2023 darf natürlich auch der Omikos hier auf diesem Kanal nicht fehlen und dementsprechend schauen wir uns den Omikos nochmal an. Wo stehen wir gerade und wo könnte es in nächster Zeit nochmal hingehen? Momentan befinden wir uns bei einem Preis von 0,0083 Dollar Cent. Ja, wir sind natürlich immer noch bei den drei Nullen und halten uns tatsächlich auch ziemlich stark darunter. Schauen wir uns das Ganze mal auf dem Chart an und hier sieht man das einfach nochmal deutlich besser. Wir hatten hier einen sehr schönen Pump nach oben, war aber nicht wirklich nachhaltig. Wir wurden hier abgelehnt, das heißt der Preis wurde nicht akzeptiert bzw. der Markt wollte einfach keinen höheren Preis. Dementsprechend wurde natürlich abverkauft und momentan befinden wir uns hier wieder bei einem ziemlich starken Low. Für mich persönlich ist das hier auf jeden Fall ein super Zeitpunkt, um weiter DECA zu betreiben. Das heißt Dollar Cost Average, das heißt kontinuierlich nachkaufen, denn dieser Preis ist wirklich momentan unschlag. Man bekommt im Prinzip 83 Euro, 83.000 Omi-Token, was einfach ein sehr sehr guter Preis ist. Meiner Meinung nach, man spart sich momentan im Prinzip 17 Dollar für die 100.000. Das ist schon ein deutlicher Unterschied, wenn man sich das anschaut, wie es dann bei den 0,001 aussieht oder 0,002. Außerdem ist es momentan noch interessant, wo der Omikurs hingehen könnte. Denn crypto intrinsisch könnte sich auf jeden Fall noch einiges verschlechtern. Denn es gibt Anzeichen davon, dass hier zum Beispiel Grayscale, der größte Bitcoin-Trust, an dieser Stelle zum Beispiel auch insolvent gehen könnte. Was für einen enormen Verkaufsdruck sorgen würde. Ich werde euch an dieser Stelle hier einmal unten in der Videobeschreibung ein Video verlinken, das das Ganze einfach nochmal sehr gut erklärt. Grüße gehen raus auf jeden Fall hier an den guten Robin, der auf jeden Fall hier täglich auch diese News zur Krypto und so weiter bringt. Kommen wir nochmal ganz kurz auf einen Tipp zu sprechen und zwar nämlich von Ecomi selbst zum Thema Merchen. Und zwar müsst ihr nämlich alle Omi-Token von eurem gemerchten Account bzw. dem Account, den ihr mit dem anderen Account zusammenfügen wollt, herunternehmen. Und zum Beispiel auf eure Wallet packen oder natürlich auf das Wallet packen, also auf das Vivi-Wallet, wo ihr dann sozusagen den Account auch hinmerchen wollt. Ich bin mir bewusst, das ganze Merchen ist zum momentanen Zeitpunkt noch nicht da. Aber hier könnt ihr auf jeden Fall schon mal diese Vorkehrungen treffen, falls ihr dies vorhabt. Danke auf jeden Fall an jeden, der mir hier auf Twitter folgt, denn hier haben wir nämlich die 1000 Follower geknackt und das bedeutet mir persönlich sehr, sehr viel. Wenn du mir noch nicht folgst, kannst du mir entweder hier unter Captain Vivi folgen oder du findest den Link dazu unten in der Videobeschreibung unter meinem Video-Link. Und das war es an dieser Stelle schon wieder mit dem ganzen Video. Wenn dir das ganze Video und das erste Video von 2023 gefallen hat, dann gib dir das ganze Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall bei dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgenmitte. Wieder guten Abend, bis dahin dein Captain. Ciao, ciao.